Wollen wir denn jetzt gucken wegen Z-Platz? Ja. Also diese Wechselklamotten, ne? Ja. Ey Leute, wo es eigentlich nicht mal liegt. Stimmt. Aber was Leute, macht der nicht was? Der kommt uns bestimmt hinterher, der taucht irgendwann mal wieder vor uns auf, um uns zu verschrecken. Oh Leute. Wir müssen uns eigentlich unser Zelt aufbauen. Ich meine, hier ist ja überall Unkraut, oder? Ja. Ja. Dann müssen wir irgendwo einen geilen Patz mitmachen. Ja. Wo ist Ronny? Das fühlt mir echt unheimlich. Komm weg hier! Hilfe! Oh shit, meine Style ist mir auch noch gut. Oh shit, jetzt ist der auch noch weg. Oh shit! Oh shit! Shit!